hallo heute geht es in eine weitere runde der spiel des jahres ko challenge ja die zeit vergeht und schon wieder ist eine woche rum und das achte finale ist vorbei und bevor ich zur auslosung des vierte finals komme möchte ich einfach mit euch zusammen mal in das achte finale schauen und mal schauen wie die acht duelle hier ausgegangen sind und hier können wir schon mal ein bisschen sehen oder wir können was halt sehen die endergebnisse der abstimmung ja 59 im schnitt stimmen wurden hier abgegeben für manche mehr für manche duelle weniger aber vielen vielen dank schon mal für die vielen leser die hiermit abgestimmt haben und ja da gab es einige deutliche ergebnisse wie zum beispiel kakasson gegen tikal das spiel des jahres von 1999 gegen das spiel des jahres von 2001 und hat kakasson mit 82 prozent der stimmen ja deutlich gewonnen ist deutlich weitergekommen nicht ganz so deutlich aber auch deutlich ist es zwischen azul und camel up gewesen also hier mit 74 prozent weitergekommen ja relativ eng und ich glaube das engste duell hier in dieser in diesem achte finale war ton und taxis gegen dixit hier hat sich dixit knapp mit 52 prozent durchgesetzt ja das ist also 39 stimmen wenn ich jetzt mal beim überschlagen richtig liege sind hat einfach dixit mehr als ton und taxis also auf jeden fall ein knappes duell dann hier so zwei außenseiter die sie auch zufällig im aktifinale getroffen haben nämlich scotland yard und quirkel und ja da hat scotland yard mit 66 prozent der zweitritte der stimmen gewonnen und ist jetzt ins vierte finale eingezogen auf jeden fall denke ich mal außenseiter mal schauen wie er sich jetzt im vierte finale schlägt dominion hat sich klar gegen kaffee international durchgesetzt wobei ich sagen muss also kaffee international ist ja wirklich ein relativ unbekanntes spiel im vergleich zumindest zu dominion und da finde ich eigentlich dass die 26 prozent für kaffee international wirklich respektabel zug um zug hat sich ja auch deutlich gegen kingdom bilder durchgesetzt 74 prozent haben für ja zug um zug gestimmt die sie da von katan als einer der klassiker der brettspiel welt und eines der wichtigsten sicherlich spiele die auch den spiel des jahrespreis gewonnen haben hier mit 79 prozent gegen die gegen just one durchgesetzt was auch relativ deutlich ist also man schon sagen klar die katan hat heute immer noch sehr sehr viele fans und für viele ist auch katan immer noch so dass moderne brettspiele und viele spiele ist noch aber das jetzt gerade in meinem blog das so deutlich gegen just one was ja nun erst vor wenigen jahren spiel des jahres geworden ist und auch große beliebtheit erlangt hat das finde ich auch schon relativ deutliches ergebnis und dann haben wir noch codenames welches sich gegen el grande durchgesetzt hat sicherlich ja das komplexste schwerste spiel des jahres wahrscheinlich was jemand ausgezeichnet wurde hat auch viele fans und mit 41 prozent ist es ja auch nicht untergegangen aber dann am ende codenames auf jeden fall weiter gekommen das war also der blick auf die acht duelle des achte finals und damit die acht sieger die jetzt ins vierte finale einziehen und ja dieses vierte finale möchte ich jetzt mit euch zusammen einfach mal auslosen und dafür gehen wir natürlich wieder auf auslosungstool.de hier habe ich wieder als spielmodus ko runde und habe die acht sieger des achte finales hier eingetragen haben wir jetzt acht teilnehmer am vierte finale und wir machen einfach eine ko runde ohne rückspiele ja und ich werde jetzt wieder die auslosung starten das heißt nach und nach würde zufällig dann werden die partien angezeigt und ich bin gespannt was jetzt hier rauskommt für welche vier duelle uns im vierte finale erwarten und los geht's es geht los mit carcassonne ja sicherlich einer der großen favoriten gegen die siedler von katano das ist gleich ein ja es sind eigentlich nur noch große spiele dabei war das ist ja gleich ein gigantentreffen azul dann gegen dominion ja da sind die chancen für azul glaube gar nicht so schlecht aus zug um zug gegen scotland yard das sollte für zug auf jeden fall reichen für den einzug ins halbfinale und codenames dann am ende gegen dixit ja mal schauen wie sich dixit hier schlägt aber auch hier die chancen denke ich mal für codenames nicht schlecht ja spannend also ich denke mal der kracher ist sicherlich kackerson gegen siedler von katan das ist sicherlich zwei titel die auf jeden fall die auch die chance haben am ende ganz oben zu stehen und ja vielleicht er sie leben wir hier schon dem duelle eine vorentscheidung wir am ende vielleicht das rennen macht auf jeden fall ein spannendes duell und auch also gegen dominion auf jeden fall also ich bin gespannt während ihr das video hier schaut könnt ihr natürlich auch in dem artikel dann entsprechend im viertelfinale artikel auf abenteuer-brettspiele.de für diese vier partien abstimmen jeweils bitte nur einmal abstimmen die mehrmals stimmen werden auch gelöscht und jeder der dann auch noch einen kommentar hinterlässt und darin eben schildert welches vielleicht das duel hier das schwierigste waren diese runde und welches duel vielleicht das einfachste war der nimmt auch noch an der verlosung teil und diesmal gibt es ja zwei exemplare von king domino also zweimal kann man king domino gewinnen ja das war die auslosung und ich freue mich auf die abstimmung und das ergebnis natürlich bis dann